hallo community wir sind es wieder von trader online video julian tag und ich der micha magic gathering hat sich die fallout lizenz geschnappt und wir unboxen uns durch alle artikel zur edition und jetzt das highlight das kollektor booster display mit verlosung viel spaß trader mit uns hast du gute karten da liegt es ja schaust du genau an denn es ist unglaublich selten ist ein kollektor booster display englischsprachig bevor wir reingehen kommen aber erst mal zur freshen verlosung von ultimate gar gibt es nämlich in jedem anbrach sehen was schönes zu gewinnen wenn ihr glacki seht und hier haben wir wieder in der case 133 plus da passen also entsprechend eure commander karten singles lief wie auch double sieft rein und weil das natürlich nicht genug es gibt es noch ein frisches tcg player cap mit dazu in zusammenarbeit von ultimate guard und trader was uns sehr ehrt immer limited artikel ja und ihr könnt lucky gehen und das gewinnen wenn ihr denn was macht den kanal abonniert oder abonniert habt das video leicht und kommentiert genau da wünschen wir euch viel viel glück ja wie gesagt magic gathering hat sich die fallout lizenz geschaffen und dann gibt es ein kollektor booster display nur englischsprachig und generell sind universe billion artikel immer limitiert die kollektor booster sind aber noch mal limitiert das ist der grund deswegen die preise auch schon durch die decke gehen denn auch wir haben nicht das kontingent bekommen was wir bestellt haben also sprich alle händler weltweit wurden gekürzt und dann reguliert der markt der entsprechend über den nachfrage immer den preis was sagst du ihr hier gehen dann schon hoch weil es halt einfach von den kollektor boos dann nur eine gewisse auflage gibt was auch wohl an den seriellen karten liegen wird die man halt finden kann wir natürlich hoffen dass wir vielleicht schon eine schöne wackelfigur finden und natürlich gibt es auch viele fallout fans da draußen denn gerade in den kollektor boos dann könnt ihr noch mal special artworks finden ja ich finde es sind auch in fallout super geworden ja finde ich also wenn wir gleich genau wenn wir wollen da gibt es entsprechend nur englischsprachig und wie gesagt wenn ihr möchtet dann wartet generell nicht zu lange denn fallout ist wie bei allen universe wir haben artikeln halt sagt limitiert das heißt es gibt keinen zweiten print run mehr und gerade bei den kollektor boos an diesen praktisch jetzt vom markt ja schon geschortet das heißt ja wartet da nicht so lange richtig so ganz so wasteland's most special cards the world is open these boosters are so overstuffed with perks for fallout fans they'll test the limits of your carrying capacity expect the encounter rares or mythics traditional foils extended art cards and showcase pip boy and borderless wall boy frames you may also spot a few gleaming search faults or strange stroke up as you realize bubble head card if the super mutants don't find it first bringt das schon als verstanden ja das hat das alles schon sehr sehr gut abgeholt ich hoffe dass euch da das englische mächtig sein ich hatte es mal nicht übersetzt aber ja sagt entsprechend eigentlich alles was das spiel auch so beinhaltet ich habe fallout 3 durchgespielt war für mich auch absolut super also ich bin da schon ein fan muss ich sagen ist natürlich ein zeitfresser weil wenn ihr so ein spiel dadurch sorgen wollte noch wirklich hier die ganzen neben fest macht und so seid ihr locker 100 lebenszeit stunden so mal unterwegs nach sowieso ja kürzer unterwegs seid ihr wenn ihr auf dem trend in superstore vorbeikommt weil da bieten wir natürlich auch immer commander matches an die auch zum beispiel commander pre-constructed wo ihr dann einfach ein unverändertes deck einfach mal so runter zocken können vielleicht sogar hier im stream treffen wir uns und dann kann es durchaus passieren dass so ein vortrag irgendwie auf zum beispiel die tyranniden aus warhammer trifft oder herr der ringe oder ein ganz normales mädchen commander deck man jetzt dann halt sehen denn ihr könnt ja alles kombinieren wie ihr wollt wir werden die commander des auch spielen schaut euch davon definitiv mal die unboxings an weil die commander des gibt es ja auch deutschsprachig genau und da freuen wir schon mega drauf weil das das magic wirklich hat magic bei vorladen wir haben die fedex ja schon geöffnet jetzt über videos sind online haben sie super hingekriegt also die decks finde ich richtig cool und jetzt die collector booster das ist halt einfach fanware also muss ich auch sagen dass ich das jetzt echt genieße ich werde auch dürfen weil das einfach nicht ich hoffe ja es ist einfach cool also ich kenne jetzt auch nicht alle karakter weil ich halt nur vor drei gespielt habe aber das worldbuilding finde ich super gerade hier die ganzen sonderdrucke und so das ist natürlich schon richtig cool ich mag auch diesen post nuklearen charme des spiels und da hoffe ich natürlich dass wir jetzt ein paar sonderdrucke finden insofern wir gehen jetzt nicht so stark auf die einzelnen karten ein weil wir das bei den commander deck unboxing schon gemacht haben sondern gucken einfach mal was willst du ob wir glücklich sind so und da geht es im ersten pack los mit einem full art mountain die länder sehen auch schon so richtig richtig gut aus und wir wollen ja hier natürlich entsprechend gut und durch wollen merken aus production ist eine reprint der aber auch sehr schön ist generell die grafiken finde ich richtig gut man muss sich auch zeit nehmen um auch den flavor text und so noch mal wirken zu lassen aber wir sind jetzt ja ein bisschen greedy das hier wollen ja die harten wir wollen die harten bomben öffnen und natürlich auch ja vielleicht wirklich so ein paar schöne special artworks also das ist jetzt das reguläre artwork nur halt in foil aber wir haben ja diese pitboy varianten ja und wackelfiguren und fast nicht alles wir werden wir gleich bis kommt gleich bestimmt noch was mal gucken ja so da sehen wir borderless variante und einfach auch wieder dieses nukas biggest fan einfach dieses nukaku das ist einfach schon das ist eine coole welt also ich habe wirklich sehr gerne gespielt und wenn nicht so viele gute spiele auf den weg kommen würden hätte ich mir die anderen voller zeile auch noch gegönnt oder so aber du kannst halt nicht alles spielen aber ich bin schon ein fanboy muss ich sagen dass das sich magic da die lizenz geschnappt hat finde ich schon sehr sehr cool und freue mich da noch haben wir das commander match ja nicht gespielt aber ich freue mich da unglaublich drauf wird super so ja und und collector booster ist dann halt was wirkliches für den für den inneren fanboy vor links auch sehr sehr schön hier ist das sehr voll das ist ja auch eine commander deck lord karte richtiger grounds ist halt einfach schicks zu sammeln da geht magic ja auch so ein bisschen in die erwachsenen sammler schiene das ist okay da ist es halt einfach schon schon sehr sehr speziell ja nicht was für jeden kostet ja auch ein spaß aber ja erfreut natürlich das sammlerherz so und hier haben wir eine pip boy variante ich finde die idee ist cool dieses artwork haben sie finde ich richtig gut gemacht also diesen rahmen also das sieht halt wirklich super aus und die karte sieht auch so tausendmal cooler aus als die normale ja das ist einfach dieses ja da kannst du wirklich dann sagen komm ich möchte diese varianten zusammensammeln einfach weil ich sie haben will das ist schon sehr sehr cool und wenn er da dann entsprechend ja aber den weißen mottenmann ja guckt sehr sehr schick ja und wenn du da dann wenn du da dann wenn du da dann deinen commander deck mit pips oder so das ist schon sehr nah ist also finde ich auch dass das sehr sehr gut hinbekommen haben bin auch sehr gespannt radiation ist jetzt ja eine neue fähigkeit die dann praktisch durch fallout einzug in die magic welt gehalten hat wie sich das dann spielt aber wir werden uns nicht enttäuschen also haben wir eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf wer ist und mit sechs in dem booster drin weil natürlich die commander decks auch so unglaublich ist ja ich hätte sagt ja so zirka fünf 40 und nur ein paar kamst und ankamst weil sie ja auch am ende noch irgendwie so zehn basic lands oder so die findest du ja hier nicht drin darum kriegst du da schon extrem viele rares auch an die hand das ist einfach dieses du möchtest dann möchtest du einfach so ein bisschen flexen ja der karten pool ist ja auch einigermaßen überschaubar wenn du dann natürlich dann so viele karten in dem booster dann auch hast oder so dann muss es ja auch zu doppelungen kommen aber ihr kriegt natürlich entsprechend im booster auch einfach viele karten an die hand gerade wenn ihr sagt ich habe das kommande jetzt mal nicht gegönnt oder so dann habt ihr einfach viele karten um die mal auszuprobieren für den weiteren deckbau oder einfach zum haben mal gucken wer besser zieht von uns beiden ich bin sehr gespannt ob da das war schon gut ist ja 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 das ist ja ganz klar ja das auf jeden fall kommt noch okay die sind natürlich selten aber ihr habt generell auch eine gute mana basis na also sprich die karten sind auch wirklich spielbar und auch spielstark da sind schon schöne sachen dabei also kommande du hast jetzt eine gute mana base in der booster gezogen ja komm mal die kannst du auch richtig gut sammeln die kannst du ja auch nur die fancy artworks gefallen mir auch sehr sehr gut ja das macht das dann einfach das ist ja wieder so eine eigenschaft von fallout das alles dann so ein bisschen humoristisch dann darzustellen obwohl es eigentlich bitterer ernst ist und da kannst du einfach deinen deck special lassen oder halt einfach nur sammeln aber ich finde es halt auch haben sie echt gut hingekriegt sehr cool so ich hätte noch keine board board karte legst du legst du irgendwie diverse raus oder so nö das sind zu viele du kannst die highlights aber was sind die highlights ja deswegen ja also das ist jetzt würde ich auch einfach freude beim öffnen hier du kriegst du kriegst ja auch ziemlich viele gute karten ja die commander decks einfach schon so ja ich finde ja auch den normalen command tower zum beispiel dann auch schon irgendwie in voll schon schicken ja das ist einfach dieses man muss darauf stehen weil das ist natürlich jetzt nicht das klassische magic design ist ja logisch das ist jetzt halt wirklich für die fans und wenn man sein deck spezialisieren möchte hier haben wir wieder einen regulären magic reprint aber dann halt im vorlauf design genau wie beim sonnenring jetzt aber ich glaube also fast jeder kennt den volt boy einfach dieses dieses männchen in diesem anzug weiß ich gar nicht also ja aber das ist schon ziemlich bekannt dass sie das erfordert ist eine sehr starke lizenz ich finde den weg den magic da geht auch gut das hat lego ja praktisch vorgemacht dass er durch die lizenznahme von von starken brands oder so sich lego ja unglaublich weiterentwickelt hat und auch bei magic ist es ja so dass die universes beyond edition oftmals fans des franchises ansprechen sollen und die dann darüber dann in berührung mit magic kommen ja dass du wirklich sagst hier ich bin ja vorlaut fan und hol mir dann die collector boost oder hol mir die commander decks einfach um sie erstmal zu haben ja weil es halt von vorlaut ist na und wenn man ein fan ist dann geht es also weiter und du aber dann auch sagen kannst ja okay dann zocke ich einfach mal ich bin noch mal mega und dann wirst du richtig nach magic boom in der zukunft noch für alles für kooperation kommen ja kein signal guck mal die finde ich zum beispiel auch richtig gut jetzt habe ich auch eine ja die 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 finde ich sehen super aus ich mag diesen style einfach sammeln ja 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 und die kannst du auch die ist einfach lustig die kannst du auch lustig auf den tisch legen oder so also magic gibt einem da einfach diese freiheit dass du einfach mit mit den varianten spielen kannst es wird ein bisschen fresher wir spielen nicht mehr alle mit den gleichen karten oder so sondern mit verschiedenen designs das ist halt einfach dann neu und so ist das die schöne neue welt man kann es mögen oder nicht mögen aber wir können es auf jeden fall nicht verhindern hat es sind wir einfach teil dieser welt ja ja und hat das geld auch super karten drin also einfach gerade generell sind commander decks ja vom preis leistungsverhältnis eigentlich immer bombe gerade wenn man die reprint karten noch nicht hat oder so da kriegt ihr so viel material an die hand und so ist halt schick ja du hast schon die karten hier ich mag die artworks aber auch wirklich findet pools finde ich auch sehr schick jede karte nimmt man gerne ich bin ich bin super gespannt wie es sich halt spielt sind auch viele randlose karten ja so die folge 4 ist wirklich vollgepackt ja ja black market kenne ich noch aus der ursprungsweite auch eine unglaublich starke karte randlos in search voll ja speziell bin ich aber bei den boostern wirklich ein fan von diesen varianten und von denen die können wir vielleicht rauslegen das war einfach dann die sind sie sind auch einfach nur ganz hinten im booster so oh hier oh junge der ist doch der beste soling ever ja sogar mit einem mythic symbol mit einem mythic symbol hier ja der ist auch mal geil das ist auch richtig cool also den finde ich richtig cool ne muss man sagen also der hat schon was also wenn du halt fan von faller bist dann hat die karte was also dann ist die cool dann ist die einfach cool das hast du schon beide guck mal schon arcane signet und soul ring super ja und command tower kann alles schon ins deck ja ja das sind hier so die die genau das sind so die standard karten command tower arcane signet und soul ring die brauchen wir die kommen auf jeden Fall ins deck die spielst du ja genau die finde ich die finde ich sehen super aus also alleine deswegen lohnt es sich schon aber die hast du ja auch nur ganz hinten am ende des boosters irgendwie einen in einem slot ja das ist natürlich so du kannst auch immer so und so ziehen ja sprich irgendwie das ist schon ist für die fans jetzt ganz klar und für die harten sammler aber es ist natürlich einfach so deswegen bist du mit so einer karte wenn du sie dann halt hast ich ziehe jetzt doppelt hier dann hast du sie halt auch also es ist ja einfach dadurch dass jetzt die collector booster entsprechend limitiert sind und die karte natürlich dann auch einfach dann in dieser variante noch mal nur eine begrenzte druckauflage erfährt ich dann auch befehler ist natürlich dann auch einfach entsprechend special wenn du hast dann kann schon lucky sein was das macht magic schon ganz 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 gut also dass sie dann wirklich auch so seltene super raritäten da reinbringt um einfach das dann auch wert stabil zu halten dass du halt wirklich einfach sagen kannst ich kann ich kann jetzt hier so eine serielle karte ziehen der booster kostet auch entsprechend mehr hat eine begrenzte druckauflage dann ist das auch wert stabil und du hast halt in der welt auch die fans und die sammler oder ich will nicht sagen die skalper die hast du die hast du aber auch nicht jeder einfach sagen ja komm ich kauf das war weg wird sowieso teurer hat man ja beim einen ring in der der ringe gesehen ja der nur einmal gedruckt wurde das ist ja einmal rund um die welt gegangen und ist halt einfach ein system das halt funktioniert wenn die fanbase groß genug ist das dann wie sagen kann ich kann da wirklich glück haben auch sehr cool ich mag das auch wirklich erst richtig cooles artwork die nächste ja ich bin ja mehr bei den world boy karten also diese die gefallen mir auch aber und ich möchte dafür eine wackelpuppe ziehen danke halbzeit bei mir was macht einfach spaß klar muss ich ganz ehrlich sagen also ist einfach das kann man die kannst du richtig schön genießen nuka kohle wenn ich mal spielen auch eine spielstärke karte ja also auf das zocken ich kann es nur mal wiederholen freue ich mich mega also generell ist es ja so dass gerade wenn universe ist beyond commander decks rauskommen dann haben die ja wie immer wenn ein set commander x rauskommt also wenn man die vier decks kommen haben die immer unterschiedliche spielweise eine herangehensweise wo man sagen kann okay gut ich gewinne sowieso rum und ich habe diese taktik und so und die ergänzen sich ja eigentlich dass man nicht zwar die gleiche taktik hat oder so und das ist jetzt bei den decks auch der fall und dann spielt man magic in dieser welt das hat mich eigentlich bei doctor who noch mal richtig überrascht überrascht nur weil weder gar keine fans von sind und man brauchte da in die 23 spielzüge und dann war man drin also insofern irgendwie wenn ihr jetzt in die ford fan seid und wollte freunde am magic randringen oder so dann könnt ihr das auch mit dem ford commandex sehr sehr gut machen dann ist man zwar irgendwie im ford universum unterwegs aber letztendlich spielt man magic und wird auch eine gute zeit haben das ist schon cool so jetzt aber du bist einfach loaded mit wer das ist auch so cool das sind alles auch in die magic die ich von früher noch kenne ja dann einfach mal so mit drin sind weil die decks haben ja praktisch sagen dass er jedes deck in die 50 rare karten und müsste ich es irgendwie hatten ja auch so das eine hatte 50 dann das andere hatte 48 47 und das letzte natürlich hast du hast du dann auch den dem power creep in magic dass die karten natürlich über die zeit immer immer stärker werden und so aber trotzdem sind es aber noch rares ihr könnt es da zum beispiel auch alles richtig gute rares zu ihrer zeit und wie gesagt du kriegst halt richtig gutes material auch über die commander decks an die hand weil die einfach loaded sind mit den karten pure steel paladin zum beispiel auch das art gefällt mir auch richtig gut kennen die karten von früher und hier ist jetzt im ford design aber auch richtig gute karte jetzt wird es wieder spannend aber ich bin auf jeden Fall schon sehr happy dass ich hier diesen Sonnenring gezogen habe der sieht einfach schon so toll aus es ist für mich bisher die karte unserer booster ja das ist ja schon mal gucken was auch gerade hier das sind wir nicht durch auch so sagen kann wie hinterland habe oder so das kannst du schon alles immer gut hinlegen also das macht dann schon dass das deck dann fresh wenn es dann so spezialisiert gefällt mir schon ja ja und du kannst das halt entsprechend hier einfach das ist ja sind ja die sammler booster ja das heißt du hast da würde ich diese sammelbarkeit und das finde ich schon ganz ganz cool dass du dann auch hier zwei designs dann hast du einfach voll sammeln kannst so und jetzt da musste die karten teilweise erst mal wieder erkennen nach dem motto weil die ja komplett anders aussehen als die eigentliche variante so jetzt kommt noch mal der token ja du hast ja im tokenslot den sonnenring gehabt ne nicht nicht okay der war jetzt in den letzten zwei slots da wo du das pitboy artwork hast okay das ist auch nur bald karte ziehen ja und das energie wiederkommt finde ich natürlich auch cool einfach wieder mit energie spielen da hat magic auch mittlerweile so viele gute fähigkeiten dass man auch wo man eigentlich immer ja das gleiche spiel spielt trotzdem so einen unglaublichen varianten reichtum hat in der spielbarkeit das ist vielleicht wirklich das beste spiel der welt es kann echt sein also weil es halt einfach unglaublich eine unglaubliche bandbreite hat auch hier kann man sich richtig viel zeit dafür nehmen wir spielen jetzt also ein bisschen durch aber auch zum beispiel einfach mal zeit für die flavor texte zu nehmen und so das ist auch noch mal richtig gut da tauchst du dann ja auch noch mal mehr die welt an du bist hier mit crucible of words hast du gezogen eben junge ja sieht auch sehr cool und der ist auch gut übrigens ne also ja ich finde die art super ja christopher of words ist auch definitiv einfach eine richtig gute turnierkarte schon seit anbeginn des ersten releases so ne und ja die kannst du einfach so auf die platte hauen ne ja ich finde das schon in meiner zeit war es ja noch so dass teilweise in die spieler wenn die ihr deck personalisieren wollten also gesagt haben wir kommen ich spiele dann meinetwegen die ausländische karten also ohne also sich hat zum beispiel jetzt nicht deutsch-englisch sondern dann in japanisch nehmen oder irgendwas herausragender zu machen oder vielleicht auch ein bisschen spielerischen vorteil zu haben weil natürlich der gegenüber wenn er die karte nicht kennt erstmal alles im kopf behalten muss was die karten so machen also aber jetzt hast du natürlich durch solche varianten viel mehr die möglichkeit zu personalisieren oder einfach wie gesagt ein bisschen zu kämpfen ein bisschen zu sammeln und zu hoffen dass man wie auch wir noch vielleicht eine karte finden die sind so selten ja ich weiß sehr gering ja wir können froh sein dass wir es überhaupt schon mal geschafft haben obwohl du nicht ja ich gönne dir ja wenn wenn du die öffnet ist schon in ordnung das habe ich mir gerade auch gedacht einfach so die regulären artwork sind auch schon sehr sehr schön und doch hier einfach wieder gute beispiele irgendwie wie viele spielpark starke karten ja einfach dann bekommt deswegen das ist wohl auch noch mal mit ein grund weswegen auch gerade die sammler booster noch mal spannender sind als bei regulären serien weil die natürlich dadurch dass jetzt da commander decke karten drin sind oder so du einfach so viele rares auch hast ja klar ist schon schön glitzert dich dein ganzer worten an so jetzt kommen da kommt auf jeden fall gleich noch ein cooles artwerk ja Junge das wollte ich ja vielleicht habe ich dir jetzt gerade mental angezogen muss ich also wasteland ist eine super karte klar richtig super karte und gerade dieses design von das artwerk von meistern ich finde dass ich habe das als ich das zum ersten mal gesehen habe habe ich das schon total gefeiert leute ne weil einfach das ist einfach super wasteland bild ja so ein bisschen funny wasteland hier alles toxisch so ne und das finde ich dann besser als das original tempest artwork ne irgendwie von von damals oder so ja ist einfach fancy ne ist einfach fancy und natürlich das dann auch selber gezogen ist natürlich auch noch mal wieder cool oder so ja und das ist halt einfach die sache das findest du dann halt nur mit glück dann irgendwie jetzt hier und auch noch schön den foil und so da ist doch wunderbar da sind wir alle happy die welt ist doch in ordnung komm 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 lege ich die mal wieder zu dir ich sammle die hier ja sagen wir mal die anderen sammeln auch die pitboy artworks die kannst du da rein okay dann nehme ich die auch noch mal raus ja pitboy artworks und die boardboy artworks die hätte ich gerne einmal später alles klar das sind die kohlen was ja okay das ist ja nicht so viel laufen das muss ich einmal hier will doch bei dir zu gucken muss ich hier die ganze zeit hier ist wie das muss ja so durch dass du alles aufpassen ja ist nicht nett von dir was sie das ist auch cool ja genau das ist ein gutes beispiel dafür dass du einfach solche karten dann halt hier in voll dann irgendwie dennoch hast deswegen mhm 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 Oooo luca cola vending machine aber das ist auch richtig cool ne also das finde ich sieht auch super aus ja alle happy ja Fancy. Ja, ist einfach special. Richtig gut. So, und jetzt noch die Serial-Leiste. Komm. Wir haben noch keine Wackeltruppe geschoben. Es muss noch eine kommen, oder? Obwohl, ich bin ja schon happy. Ich bin schon happy. Also es waren schon richtig coole Karten jetzt dabei. Ich habe schon so viele Collector Displays geöffnet, wo man die hätte potenziell ziehen können, dass ich aufgebe. Achso, nein. Aufhol, schaffst du. Los, tu es. Ja, ja, ich bin hier. Ich genieße noch mein letztes Booster-Päckchen, muss ich sagen. Denn so oft machen wir das ja auch nicht. Also es ist ja nicht, dass wir jetzt irgendwie mehrere Displays hier irgendwie öffnen, für euch, sondern wir öffnen eins und dann ist da drin, was drin ist. Und das ist aber dann natürlich immer schon so auch so das Highlight der Unboxing-Season jeweils. Klar. Und freut mich, wenn ihr das ein bisschen mitfeiert. Also die Freude ist auf jeden Fall echt. Was ziehen, definitiv. Das ist schon cool. Weißt du, erst geht man die Decks durch und dann kommt man so, so ein Collector-Booster. Einfach öffnen, Booster öffnen, macht doch jeder Matches-Spieler eigentlich gerne. Ist so. Ja, und ich muss aber nochmal sagen, ich freue mich mega aufs Zocken. Gerade wenn du so viel über die Karten gesprochen hast und die Karten vorgelesen hast, dann willst du auch wissen, wie sie sich spielen, wie die Decks laufen. So nach dem Motto. Genau. Und da wirst du einfach gute Matches mit haben. So viel ist sicher. Teil des Tracker. Auch eine gute Karte. Was da einfach mal hier so mit drin. Zack. Deswegen. So, jetzt aber. Bleib spannend. Senses Persona. Ja, 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 ja. Synth Infiltrator. Okay. So, und dann, und dann. Jetzt kommt ein Biest. Ein böses, schwarzes Biest. Oh, das sieht aber auch brutal aus, ne? Ja, das Spiel ist ja auch hart. Ja, ja. Also das Videospiel, da hast du schon deine Mutanten drin oder so. Nein. Deswegen wird immer alles so schön verharmlost und so. Weißt du, mit dem World Boy. Aber eigentlich ist das ein brutales Spiel. Ist ja auch ab 18. Wasteland Survival Guide. Das sieht auch cool aus. Klingt auch sehr schön. Ja. Ja. So. Ja, letztes Buster. Mhm. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Ich drück die Daumen. Ja, schick. Mhm. Ja. Das sowieso. Ich mag die Artworks, ne? Muss ich wirklich sagen. Das kriegen sie schon ganz gut hin. Die haben so eine Flotte an Künstlern, die da hier schön für am Arbeiten ist, ne? So. nuclear Fallout, ja. Oh, cool ist das Auto heute. Mhm. Definitiv. So. Das war die letzte Karte. Mhm. Okay. Und schade, schon vorbei. Oh, Mann. Ja, okay. Und dann wollen wir einmal präsentieren. dann suchen wir raus und dann kommen erst mal hier unsere das reicht bestimmt oder nicht hier wäre wie zwei pro booster zwölf booster im display aber gar nicht gesagt schon direkt hier aber so könnt ihr natürlich hier einfach schon mal schön rein sammeln und ja und auch teilweise in voll und auch mal nicht in voll das ja auch noch mal wieder unterschieden haben wie wir hier sehen ja klar so aber die highlights das ist die besten karten der sol ring ist auch einfach top also ich finde den solen immer noch am coolsten muss ich sagen wasteland finde ich auch also die beiden das sind sie die beiden highlights ich finde die nukagola wedding machine super ja die ist auch gut also vor allem kannst du die ist auch stark weil du kannst ja die ganze zeit fotos machen also das ist schon irgendwie und wenn ich sag frage von kratzen ist richtig gute karte auch die artbox hier von hier hat es sieht auch super aus ja das lustige ist einfach irgendwie auch wenn man jetzt commander spielt oder so man will ja schon gewinnen ja und dann kannst du ihm knallert karte spielen und sieht dann aber dann so lustig aus spiel mal so ein wasteland oder hier mein solring sieht sehr cool aus auf jeden fall und natürlich einfach die sammelbarkeit sind der sammler booster haben sie echt richtig richtig cool gemacht also war ja von der ersten ankündigung war ich ja schon direkt ein fan gesagt okay wird automatisch super ganz klar direkt kaufen ja einfach ist halt schon so wenn man ein fan davon ist oder so und das ist ja immer limitiert dann kann man sagen wartet nicht so lange wie gesagt auch die regulären commander decks sind ein print waren da kommt also nächstes jahr nichts mehr nach oder so weil das alles lizenz gebunden ist und erwartet magic schon mit starken lizenzen auf ja also es ist ein street wieder dieses jahr auch noch kommen hat auch eine bin ich es nicht da habe ich auch ein teil von gespielt ich bin ich jetzt bin ich jetzt nicht so der fan aber von den kartengrafen die schon gesehen habe auch da wird das einfach wieder gut in die magic welt transportiert und das ist halt einfach cool wenn du da ja wirklich fan von bist zu sagen komme ich habe da was von also einfach nicht dieses dieses diese einmalige gelegenheit daran irgendwie zuzugreifen so nach dem motto ist ja also ich finde es auch sowieso immer ziemlich cool dieses universe beyond mit den kooperationen mit anderen videospielen serien was auch immer anderen universen und da gibt es auf jeden fall noch ein paar draußen die ich mir auch gerne im menschlich magic universum wünschen würde die es bis es noch nicht gibt aber abwarten follow das auf jeden fall schon mal gut wir sind auf jeden fall froh dabei zu sein muss ich ganz ehrlich sagen das hier war wieder ein absolutes highlight also von uns definitiv daumen hoch und ja dann seid ihr jetzt dran also schreibt mir eure feelings in die kommentare bin ja gespannt also viele von euch feiern dann die vorlauf lizenz auch ein paar wenige sagen ja vorlaut kenne ich nicht brauche ich nicht ist auch okay denn man kann ja auch nicht alles toll finden und ja aber wie gesagt also schreibt mir auf die kommentare like das video abonniert den kanal unterstützt uns damit und auf trader online video auf youtube gibt es natürlich noch genug andere formate die auch noch mal durch gucken können wie zum beispiel die besten medica der art cool youtube shorts kommen jede woche und der wird uns nicht langweilig und wie gesagt wenn ihr möchtet kommt gerne meinem trading card super vorbei zockt mit uns holt euch ein event ticket da bieten wir auch die breite palette an allen möglichen events an ja und dann wünschen wir euch eine gute zeit mit mädchen ganz besonders mit vorlaut wie wenn es dann gesagt auch noch zocken da sehen wir es vielleicht auch dann da noch mal in dem matchup dann wieder nachher und ich freue mich richtig cool richtig 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 gut euch eine gute zeit mit magic wir sind raus bis zum nächsten video bis dann tschüss tschüss